Musik 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 Ja, schönen guten Abend! Ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen in unserem Hause. Mein Name ist Karola Kohl-Pinkenstein, ich bin hier die gute Seele des Hauses und Veranstaltungsverletzterin. Drei Künstlerinnen stellen wieder einmal bei uns aus. Wie schön, haben wir heute schon wieder gesagt, die schönen, schönen Bilder. Ja, Britta Klang stellt Bilder in Öl- und Acryltechnik aus. Drei Porträts davon, hast du ja wirklich in ganz kräftigen Farben, die sind also schon ganz doll ins Auge gestoßen. Dann Frau Liebke Meier hat Aquarelle von ganz feiner Technik gezeichnet. Die Bilder zeigen Küsten- und Dünenlandschaften. Ich glaube, das ist sehr schön. Und dann Hannibal. Ja, danke schön. Maik mit Acrylfarben in ihren Bildern bringt sie Selbsterlebtes zum Ausdruck. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, danke schön. Ich begrüße Sie auch herzlich im Namen des Fördervereins Bildende Kunst Ostholstein und im Namen deiner Künstlerinnen. Wir sind hier drei, Hannibal, Liebke Meier und ich. Unsere Arbeiten sind in Stil und Technik sehr unterschiedlich. Und ich hoffe, Ihnen damit eine abwechslungsreiche Ausstellung hier für die Patienten und Besucher zu bieten. Zunächst möchte ich Ihnen einmal Hannibal vorstellen. Sie war schon einmal mit einer sehr schönen Ausstellung im Gesundheitszentrum hier drüben vertreten. Hier in der Klinik ist sie zum ersten Mal. Hannibal kommt zur Zeit in Wismar. Sie bezeichnet sich selbst als Autodidaktin, obwohl sie von 1989 bis 1992 Kunst im Fernstudium studiert hat. Ihre Bilder entstehen intuitiv aus dem Moment heraus, folgen keinem fertigen Konzept. Bei konventionellem Kunstanspruch entfaltet sie ihre Kreativität, thematisiert ihre Wahrnehmung. Gefühle und persönliche Lebenssituationen prägen ihre Bilder. Überwiegend malt sie mit Acryl- und Mischtechniken. Sie experimentiert mit Schichten, Lasuren, Strukturen, der Komposition von Farben, Formen, dem Spiel von Licht und Schatten. Ihre meist großen, beeindruckenden Bilder folgen keinem festen Stil, sind sehr abwechslungsreich in der Gestaltung. Sie sind meist gegenstandsfrei, aber auch gegenständlich, das findet sich in ihren Bildern. Sie prägen diese Ausstellung entscheidend mit. Die Aquarellmalerei wird häufig zu Unrecht als Technik der Hobbymaler abgetan. Dabei ist es eine sehr schwere Maltechnik, die sehr schnell durchgeführt, aber doch geplant gemacht werden muss. Die Farbe trocknet schnell, darunter liegende Schichten scheinen durch, dadurch sind Fehler kaum zu korrigieren. Und das Weiß ist das Weiß des Papiers. Das muss man sich mal überlegen. Wenn man malt, muss man vorher einplanen, wo ist was weiß. Und das bei ihren Küstenbildern mit den vielen Welten, das ist nicht so ganz einfach. Sie malt überwiegend maritime Landschaften. Ihre lichtdurchfluteten Bilder lassen uns die Erinnerung an so manchen Aufenthalt am Meer vor unserem inneren Auge wieder aufliegen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020